Die besten Ausreden, wenn man beim Abschreiben erwischt wird... Äh, schreibst du doch gerade ab? Ja, natürlich, woher soll ich die Lösung sonst bekommen? Was? Ja, Herr Lehrer, das tue ich, tut mir leid, aber ich habe 50 Millionen Power in Rise of... Sie verstehen nicht, ich komme ja nicht alleine durch. Hier ist Teamgeist gefragt. Oder so. Herr Lehrer, Sie verstehen nicht, das ist eine Schule für Blinde. Ich kann das Blatt nicht mal sehen und erst recht nicht abschauen. Sorry, Herr Lehrer, Sie verstehen nicht. Ich schaue nicht auf das Blatt, sondern gerade genau in Ihr hässliches Gesicht. Verweis. Hm.